Für die Fast Squats bringt ihr die Slings wieder auf halbe Länge, geht in die Stand-Up-Position, schulterbreiter Stand, aufrechter Oberkörper und arbeitet möglichst schnell mit Oberschenkeln und Po. Tief und hoch, tief und hoch. Unterstützt euch dabei möglichst wenig mit den Händen. Ihr könnt auch den Nähnadelgriff verwenden, nur Daumen und Zeigefinger an den Griffen. Untertitelung des ZDF, 2020